Na liebe Zuschauer, haben Sie auch schon zu Hause die Weihnachtsplätzchen gebacken und sind eigentlich rund um die Uhr am Naschen, was ja doch was ganz Besonderes ist und auch gerade um diese Jahreszeit natürlich ganz besonders schmeckt. Ja, wenn es Ihnen so geht wie mir, dann werden Sie wahrscheinlich auch schon gemerkt haben, oh, irgendwie zwickt es so ein bisschen, wenn ich meine Hose anhabe, die ich das ganze Jahr anhabe. Irgendwie glaube ich, so ein paar Kilo sind glaube ich zu viel. Ja, dann kommen Sie ganz, ganz schnell auf die guten Vorsätze. Naja, komm, wir warten mal noch Heiligabend ab, da gibt es ja eh ganz, ganz viele Leckereien, erst ab dem kommenden Jahr fangen wir dann an mit unserer Diät, oder lieber Carsten? Das kennst du doch auch, diese guten Vorsätze. Gute Vorsätze sind eins, aber ich kann genau das bestätigen, was du gerade sagtest und damit auch von meiner Seite herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Bei mir ist es nicht Spekulatius oder Lebkuchen, bei mir sind es die Dominosteine und da man die also schon ab Ende November oder beziehungsweise ab Ende September mittlerweile schon kaufen kann, habe ich da auch das ein oder andere Gramm zu viel und das wird sich noch ein Stück weit steigern, je näher wir aufs Heilige Fest zusteuern. Dagegen kann man etwas tun, dagegen sollte man etwas tun, nicht nur, weil man jetzt unbedingt eine besondere Ausdauer haben möchte, weil man jetzt auf ein spezielles sportliches Ereignis hinarbeitet. Grundsätzlich ist eine körperliche Fitness für mich immer so ein, ja, ein Wohlfühlfaktor. Das macht mich einfach fitter, es macht mich wacher, man hat einen aufrechten Gang und fühlt sich ehrlich gesagt auch wesentlich besser. Und wir werden Ihnen gerade jetzt zu Beginn fantastische Fitnessmöglichkeiten zeigen. Und den Vibrationstrainer, Alex, hast du, glaube ich, zu Hause, oder? Du nutzt ihn schon recht fleißig. Den habe ich zu Hause und ich bin absoluter Fan davon, denn dieser Vibrationstrainer, der hat sich wirklich direkt meinem Tagesrhythmus angepasst, so darf ich es eigentlich wirklich sagen, denn ich arbeite sehr viel, ich bin viel unterwegs und ganz ehrlich, nochmal anderthalb Stunden abends ins Fitnessstudio zu gehen, bei aller Liebe zu meinem Körper, aber da denke ich mir, oh nee, so ein bisschen auf der Couch ausruhen, das brauche ich, glaube ich, jetzt eher. Und wie schon gesagt, dieser Vibrationstrainer hat sich da meinem Rhythmus richtig angepasst, denn das Tolle daran ist, ich stelle mich zehn Minuten abends auf diesen Trainer, habe aber den gleichen Effekt, als wäre ich anderthalb Stunden im Fitnessstudio gewesen, hätte Workout gemacht. Das ist ja Wahnsinn, das ist ja eine unglaubliche Zeitersparnis. Ich bin ganz ehrlich, als wir das Gerät das erste Mal gezeigt haben, war ich skeptisch. Ich gehe seit über 20 Jahren recht regelmäßig ins Fitnessstudio, sofern es meine Zeit erlaubt. Dieses Trainingsprinzip wird auch an anderer Stelle in speziellen Studios, auch im Fitnessstudio angeboten. Ich war skeptisch. Ehrlich? Bis ich das erste Mal draufstehe und dachte mir, aber hallo, das zieht ja richtig rein, das ist wirklich irre. Und das möchte ich jetzt ganz gerne mal wiederholen, du hast die Macht in der Hand. Ich habe die Macht. Ich nehme das einfach mal so kommentarlos hin. Ich schnappe nämlich jetzt auch schon direkt mal hier unsere Expander. Genau, das ist ja das Tolle. Nicht nur etwas für die Beine und fürs Gesäß, sondern grundsätzlich für den ganzen Körper. Bist du so lieb, Alex, und stellst mir das mal. Ich bin da nicht ganz so hart wie du. Vielleicht mal auf die Stufe 6 oder 7, da komme ich eigentlich ganz gut mit zurecht. Also wir sind jetzt hier bei 1 noch. Sie können hier ganz manuell entweder mit der Fernbedienung oder direkt auf dem großen Display hier am Ende können Sie dann Ihren Vibrationsgrad einstellen. Geht übrigens bis 15 hoch und ich bin ganz ehrlich, dass ich immer mit der 15 auch trainiere. Das hast du sogar vor der Sendung eigentlich schon gemacht. Also ganz, ganz effektiv. Und ich habe den Hut gezogen, weil also Stufe 15 ist schon eine richtige Hausnummer. Also wirklich was für die Geübten hier. Insofern Respekt, Frau Kollegin. Aber das ist natürlich das Prinzip der biomechanischen Stimulation, die diesem Gerät hier zu holen liegt. Die ist in dem Moment ja auch effektiver, als würdest du einfach nur deine groben Muskeln trainieren. Denn das geht ja wirklich an die ganz, ganz tief sitzenden Muskeln. Das merkst du wahrscheinlich auch, dass es plötzlich rüttelt und schüttelt an Stellen, die du sonst gar nicht trainieren kannst. Das Schöne ist, dass du einfach, das kann ich dir aus meiner Erfahrung sagen, deine Position auf dem Vibrationstrainer ein bisschen verändern kannst. Also wenn du jetzt noch ein bisschen mehr in die Hocke gehst beispielsweise. Also wie beim Skifahren quasi. Genau, dann merkst du hier, wie es plötzlich arbeitet. Auf der Innenseite der Schenkel und auch hier so im Kniebereich. Ich merke es im hinteren Teil. Ich merke es ehrlich gesagt. Genau. Und jetzt pass auf. Und jetzt stelle ich mal gerade hin. Ja. Ganz gerade. Und dann merkst du plötzlich, wie das auch an der Hüfte wackelt. Ja, das sieht man sogar. Und auch ganz extrem zwischen den Beinen. Siehst du das? Wahnsinn. Also es ist wirklich irre. Es ist natürlich jetzt nicht so wie ein Marathonlauf zum Beispiel. Oder wie jetzt ein ganz normales Workout, ein Kurs, den ich eine Stunde im Fitnessstudio mache. Das soll es auch gar nicht sein. Denn wie du richtig sagtest, zehn Minuten nach diesem Vibrationstrainer ersetzen ein anderthalbstündiges, kräftezehrendes und schweißtreibende Workout im Fitnessstudio. Du hast gesagt, sie haben a wenig Zeit dafür, sind vielleicht aber auch nicht so mega trainiert, weil das bin ich durchaus auch nicht. Gehe aber auch nicht gerne ins Fitnessstudio, weil a bin ich da natürlich von den Öffnungszeiten abhängig. B ist es mir vielleicht auch gar nicht so angenehm, mit anderen Menschen zu trainieren. Das ist ja manchmal, kann das zwar förderlich sein und auch so ein bisschen die Motivation stärken, aber andererseits kann das natürlich auch demotivierend wirken, wenn da schon professionelle Sportler dann irgendwo unterwegs sind. Deswegen finde ich das eine ganz, ganz tolle Alternative. Und das Schöne ist, du siehst ja auch hier auf dem Display, was jetzt genau passiert. Also wir sind jetzt hier, ich gehe mal runter. So nach der Trainingsstufe 6. Das fällt mir schwer zu sprechen, wenn ich so durchgeschüttet werde hier. So, dann gucken wir uns das gerade mal an. Genau, drehst am besten mal um. Das ist wirklich Spitzenklasse. Moment, wir drehen es mal so, dass unsere Zuschauer vielleicht mal schauen können. Mal mit in die Kamera rein. Richtig. Denn das ist quasi auch so das Herzstück des kompletten Fitnessgerätes hier. Hier habe ich natürlich alle Werte, all die Zeiten und dergleichen tatsächlich direkt im Überblick. Hier haben wir die Zeit, können Sie einstellen, je nachdem wie lange Sie trainieren möchten. Hat man eine kleine Zeitvorwahl. Vielleicht beginnt man einfach als ungeübter Sportler mal mit ein paar Minuten. Tasten Sie sich mal ein Stück weit ran. Gerade dann, wenn Sie länger auch nichts mehr gemacht haben. Hier an dieser Stelle kann ich natürlich innerhalb von 15 verschiedenen Stufen den Härtegrad des Trainings quasi einstellen. Und hier habe ich sogar nochmal verschiedene, ja an anderer Stelle würde man Personal Trainer sagen, verschiedene vorgegebene Programme, die mich natürlich auch ein Stück weit aus meiner Trainingsroutine dann im Laufe der Zeit auch rausziehen, die Übungen immer wieder variieren, sodass ich immer wieder neue Muskelanreize bekommen kann. Genau. Wichtig halt nur zu wissen, 10 Minuten, das ist eben entsprechend anderthalb Stunden Workout und 10 Minuten, ganz ehrlich, die gehen so schnell rum. Carsten, überleg mal, du kannst ja deinen Vibrationstrainer zum Beispiel auch vor den Fernseher stellen. Ja. Du kannst deine Lieblingsserie gucken, ja. Und ratzfatz sind 10 Minuten rum. Das geht schnell, ja. Das geht wahnsinnig schnell. Wir haben auch hier eine ganz große Stopptaste, falls doch mal vielleicht so ein Stück weit eine Panik entstehen sollte, was ich wirklich noch nie hatte. Und ich mache das jetzt wirklich seit 3, 4, 5 Monaten mittlerweile. Also sollte da mal irgendwas sein, eine große Stopptaste, da können Sie dann mit Ihrem großen Zeh dann auch Handy ausschalten. Oder wie gesagt, einfach mit der ganz bequemen Fernbedienung. Ich finde das super schön. Also A ist es natürlich sehr klein, sehr handlich. Machst du nochmal auf 6 bitte, nochmal ein bisschen hochpoweren. Das heißt im Grunde, wenn ich fertig bin mit meinen Trainingseinheiten, dann kann ich das bequem unter dem Bett verstauen. Das stört dich, das nimmt keinen Platz weg. Ich habe meinen Trainingstimer, ich habe 15 verschiedene Stufen. Ich kann wirklich ganz, ganz klein anfangen, kann mich hocharbeiten. Sie werden dann schon merken, bei der 15er, beim 15er Grad, das schüttelt schon ordentlich. Komm, einmal mache ich es jetzt mal. Ich habe dich zwar lieb, mein Lieber. Also ich soll die 15 machen? Ja, natürlich. Okay. Und, kannst du noch? Das ist ja, das sind ja mehrere tausend, das geht richtig rein. Wahnsinn, ne? Das sind ja mehrere tausend Bewegungen innerhalb von einer Sekunde. Vom Prinzip her ist das durchaus vergleichbar und das wird jeder kennen. Machst du ganz kurz nochmal eben aus, dann zeige ich das nochmal eben. Wenn man normalerweise über Kopfsteinpflaster läuft, den Effekt kennen Sie, das macht Ihr Körper völlig automatisch. Wenn Sie einen unebenen Untergrund haben und einen Schritt nach vorne machen, werden Sie feststellen, dass Ihr Körper mit einer kleinen Bewegung diese Unebenheit ausgleicht. Jetzt passiert das normalerweise Schritt für Schritt, das hat normalerweise mit Sport nichts zu tun. Hier wird diese Bewegung aber tatsächlich simuliert, mehrere tausende Male pro Sekunde und das sorgt natürlich für eine wesentlich intensivere Stimulation Ihrer Muskelgruppen, die eben im Körperinneren sitzen, also nicht gerade jetzt Bizeps oder Latissimus, sondern wirklich die tiefsitzenden Muskelgruppen, die werden hier entsprechend angestrengt und das führt natürlich zu einer gesunden Körperhaltung und zu einem ordentlichen, stabilen Muskeltausen. Ganz genau, es ist auch eine rutschfeste Ablage, das heißt, da kann man gerne auch barfuß drauf, da rutscht man nicht weg, also da haben wir natürlich auch dran gedacht. Und du nimmst jetzt gerade eben nochmal in die Hand die Expander, das ist natürlich im Grunde ein Ganzkörpertrainingsgerät. Sie werden durchvibriert, die unteren, die Beine, die Hüfte, der Popo, also der untere Körperbereich, der wird richtig ordentlich durchgeschüttet und meine Erfahrung zum Beispiel ist, wenn ich den Expander, ich kann natürlich damit arbeiten, wie man mit Expander nun mal arbeitet oder ich kann auch einfach den Expander so ein bisschen nach oben halten, dass ich eine Spannung in meinen Armen bekomme und alleine durch die Vibration selber tut sich da ja auch schon was. Das ist ein starkes Teil hier natürlich auch für die Oberarme, für die Schulter, wenn du es jetzt nach vorne machst, speziell für den Bizeps, haben wir seitlich werden natürlich auch die Schulterpartien mit angestrengt, also wirklich ein hervorragendes Ganzkörpertraining. Was übrigens auch im Profisport gerne mal zum Einsatz kommt, die sogenannten Rekonvaleszenten, die Fußballspieler zum Beispiel nach einem Bänderiss und dergleichen, die müssen auch wieder ganz langsam und peu à peu auf den eigentlichen Einsatzbereich, sprich also den Profisport vorbereitet werden. Und das passiert auch ganz gerne mit diesen Vibrationstrainings-Elementen hier. Solche Geräte gibt es auch im Fitnessstudio, da gibt es auch spezielle Studios für. Da zahlen Sie allerdings ein kleines Vermögen. Ein Wahnsinnsgeld, ja. Und ich sage mal speziell untrainierte Menschen, die vielleicht auch viele Jahre nichts gemacht haben, beruflich bedingt, familiär bedingt, trauen sich nicht unbedingt ins Fitnessstudio. Das meinte ich ja eingangs, das ist immer so ein unangenehmes Gefühl, man möchte es eigentlich auch nicht wirklich und wie gesagt, man ist ja auch abhängig von den Öffnungszeiten und hier können Sie trainieren, wann immer Sie möchten. Wie gesagt, Ihren kleinen Personal Trainer, den haben Sie ja auch schon mit dabei und was ich ja auch ganz spannend finde, der Ursprung unseres Vibrationstrainers, der kommt ja aus der Weltraumforschung, also von dem her, da ist ja klar, dass man da oben keine Handeln und Ähnliches mitnehmen kann. Da gibt es eben auch die Instruktionen, dort die Menschen da oben im Weltall eben auch fit zu halten. Die Astronauten. Und genau, mach ich dir gerne an. Halt, das muss ich erst mal auch anmachen. An. So. Und damit die da oben eben auch trainieren können. Da ist der Ursprung, da kommt das Ganze dann auch her und das hat man eben auch für sich hier entdeckt. Wie gesagt, es ist wahnsinnig schonend, es ist vor allen Dingen auch gelenkschonend. Ja. Denn ich weiß ja, viele von Ihnen gehen vielleicht im Frühjahr oder im Sommer auch gerne mal joggen. Also je nachdem, wo Sie joggen, kann das auch gerne mal auf die Gelenke gehen mit unserem Vibrationstrainer. Ist das alles ganz, ganz simpel und einfach gelenkschonend und es macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Kannst du ja jetzt nur bestätigen, oder Carsten? Absolut. Also das zieht wirklich. Ich merke da Muskelpartien, die kann man im Fitnessstudio so gar nicht wirklich isolieren, wie man so schön sagt. Und zu unserem Vibrationstrainingsgerät habe ich noch eine Kundenstimme aus Hülsede. Sehr leichte Bedienung, Geschwindigkeit sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene einstellbar, ich kann es nur weiterempfehlen. Und unsere Kundin aus Hamburg schreibt, tolles ergänzendes Reha-Gerät, extreme Verspannungen im Rückenbereich gingen bereits nach einer Woche deutlich zurück und nach vier Wochen war ich komplett schmerzfrei. Sehr zu empfehlen. Und das ist das, was ich meinte, die tiefer liegenden Muskeln sorgen für einen stabilen Muskeltorso in Ihrem Körper. Das führt automatisch zu einer stabileren Haltung, Sie werden sich fitter fühlen. Probieren Sie es aus, preislich sind wir sehr attraktiv unterwegs mit unserem Vibrationstrainer. Und jetzt schauen wir uns mal den Hometrainer an. Ein Klassiker. Das finde ich auch ganz, ganz toll. Vor allen Dingen für die von Ihnen, die, wie gesagt, auch schon lange nicht mehr irgendwie aktiv waren, körperlich, aber vielleicht jetzt auch wirklich diesen Vorsatz getroffen haben, Mensch, in 2014, da möchte ich gerne ein bisschen fitter sein. Diese großen Vorsätze, die kennen wir ja alle. Mit unserem Heimtrainer sorgen wir aber dafür, dass die guten Vorsätze nicht innerhalb der ersten Woche im neuen Jahr wieder verblasst sind und vergessen worden sind. Denn da werden Sie wirklich ganz, ganz lange Spaß haben. Das ist ein Heimtrainer, wo ich wirklich sagen kann, der ist auch für die Einsteiger bestens geeignet. Dann lass mich mal, ich bin ja nicht unbedingt so der Radfahrer, muss ich zugeben. Aber das ist eigentlich ein Klassiker. Ich kann mich daran erinnern, dass in meiner Jugend, also schon bei meinen Eltern im, ich mache es mal ohne die eigentlichen Laschen hier, dass im Badezimmer meiner Eltern also eigentlich immer ein Fahrradargometer und ein Rudergerät stand. Und das war immer ganz praktisch. Mein Vater hat das immer ausgenutzt, war beruflich immer sehr viel unterwegs und hatte eigentlich keine Zeit. Und auch ehrlich gesagt, nach überstandenem Arbeitstag auch keine Lust mehr, sich dann nochmal ins Auto zu setzen und ins Fitnessstudio zu fahren. Genau, das ist der Punkt. Da hat sich dann immer seine Lieblingsmusik angemacht, meistens klassische Musik, hat sich draufgesetzt und einfach eine Runde trainiert. Genau. Und so einfach können Sie das zu Hause ja auch machen. Und wenn Sie denken, Mensch, ich höre ja gar nichts, vielleicht sind wir einfach mal ganz kurz leise. Nee, du hörst wirklich nichts. Nichts. Gar nichts. Wie toll ist das denn? Das Prinzip, was dem hier zugrunde liegt, ist ja quasi eine Art Bremse. Das heißt, dieses Schwungrad und hier sind vier Kilo Schwungmasse drin, muss gebremst werden. Und das ist eigentlich genau das Gleiche, was Sie an Widerstand haben, wenn Sie einen Berg hochfahren oder wenn Sie einen starken Gegenwind haben. Das wird hiermit quasi simuliert. In acht verschiedenen Stufen übrigens, kann man auch mal sagen. Also wirklich auch wirklich für die Anfänger, die erstmal ganz, ganz leicht und bequem diese Widerstände im Grunde erklimmen möchten. Ja, diese sogenannten fiktiven Berge, die wir ja dann hochradeln oder eben bis Stufe acht. Also da hat man dann schon wirklich einige Trainingseinheiten hinter sich und merkt das auch gut. Aber es ist super geräuscharm und das strengt dich jetzt auch nicht so wahnsinnig an. Ich habe natürlich jetzt auch mal, weil ich noch ein bisschen was erzählen möchte zwischendurch und nicht so schnell aus der Puste kommen will, wie gesagt, ich bin das Radfahren nicht so wirklich gewohnt, mal auf eine relativ leichte Stufe eingestellt. Man kann natürlich auch jetzt hier, und das würde ich wahrscheinlich im privaten Umfeld tun, den Sitz auch noch auf die persönliche Körpergröße einstellen. Ich glaube, so ein, zwei Zentimeter höher würden mir ganz gut passen. Schön ist natürlich gerade auch das Display, was wir hier drauf haben. Auch das eigentlich wieder das Herzelement dieses kompletten Fahrradergometers, den wir hier haben. Das heißt, man kann natürlich hier die Geschwindigkeit, man kann die Distanz messen, sprich also die zurückgelegte Strecke, die Zeit, die man unterwegs war, die akkumulierte Strecke, also in der Gesamtheit auch gerne mal über zwei oder drei Wochen hinweg, natürlich den Kalorienverbrauch und auch den Puls, die Pulsfrequenz. Und dafür haben wir die Pulssensoren hier im Griff mit eingearbeitet. Das heißt, wenn Sie hier die Hände drauflegen, wird automatisch Ihre Pulsfrequenz hier im Display angezeigt. Ich will dich ja jetzt gar nicht bei deiner Trainingseinheit stören, aber wir drehen es trotzdem mal ein bisschen um, damit Sie auch mal sehen, wovon wir hier sprechen. Das sind übrigens die Sensoren, die dann direkt Ihren Puls auch messen. Finde ich immer ganz toll, übrigens auch bei einem gepolsterten Sitz, also das Griff, das ist ganz angenehm, dass Sie immer im Grunde eine Kontrolle haben, wie schnell schlägt Ihr Puls. Das ist gerade für die Anfänger ganz besonders wichtig, denn da ist man ja hoch motiviert, da übertreibt man es ganz gerne auch mal ein bisschen. Haben Sie bitte trotzdem Ihren Puls so ein bisschen im Griff, denn wir möchten ja nicht haben, dass Sie nach Ihrer Trainingseinheit dann völlig fertig auf der Couch hängen und gar nicht mehr richtig atmen können. Also ganz, ganz langsam wirklich erst mal beginnen. Den Tipp kann ich Ihnen wirklich nur geben. Und das ist unser Display, übrigens ganz, ganz groß und auch wirklich sehr, sehr schnell und einfach zu erklären. Ich glaube, so kann man es auch etwas besser erkennen hier im Gegenlicht. Wie gesagt, man hat also wirklich alle relevanten Daten für eine Trainingseinheit hier drauf. Das Schöne ist natürlich, dass Sie hier zu Hause trainieren, in Ihrem persönlichen Umfeld. Keiner guckt Ihnen auf einen eventuell vielleicht ein wenig aus der Form geratenen Popo, neben Ihnen trainiert jetzt kein ausgewachsener Profisportler oder was. Das heißt, Sie müssen sich nicht schämen, Sie müssen sich nicht genieren, sagt man bei uns in Köln. Ich hoffe, der Begriff ist in weiten Teilen Deutschlands bekannt. Manchmal schämt man sich, man hat viele Jahre nichts gemacht und dann stehst du daneben so einem Hardbody mit so einem Bizeps und der macht dann schon drei Stunden Workout und so weiter und schwitzt noch nicht mal. Hier trainieren Sie zu Hause. Je nachdem, was Sie für einen Fitnesszustand haben, können Sie die Geräte, die wir Ihnen heute vorstellen, immer auf Ihren ganz persönlichen Fitnesszustand zuschneiden, einstellen. Das ist perfekt. Und Sie werden feststellen, dass Sie hier innerhalb kürzester Zeit schon die ersten Erfolge verzeichnen können. Trainieren müssen Sie allerdings selber. Wir können Ihnen zeigen, was wir für Geräte im Programm haben. Den inneren Schweinehund müssen Sie überwinden, aber wir machen es Ihnen mit unseren Geräten denkbar einfach. Absolut. Das sehe ich ganz genauso. Hier unten übrigens nochmal, vielleicht können wir mit der Kamera nochmal weiter runter gehen. Hier können Sie auch Ihre Einheiten dann einstellen. Hier unten an diesem Rädchen, also auch ganz simpel, ganz einfach können Sie einstellen, wollen Sie erstmal mit Low anfangen. Das ist eben hier oder High. Und das würde ich dann einfach, wie gesagt, von Ihrer Verfassung dann so ein bisschen abhängig machen. Starten Sie erstmal ganz, ganz langsam. Ab wann fängt eigentlich die Körperfettreduzierung an? Ich meine 30 Minuten. Da musst du eigentlich durchgehen, so ein bisschen Workout machen und dann geht es eigentlich richtig los. Es kommt drauf an, in welchem Puls du ungefähr unterwegs bist. Also mein Fettverbrennungspuls liegt bei ungefähr 130, 135. Da bin ich so im idealen Fettverbrennungsbereich. Je nachdem, wie viel Kilo man hat, wie groß man ist, je nachdem, wie die körperliche Konstitution aussieht. Gibt es da Formeln drüber, finden Sie im Internet. So tief muss man da gar nicht unbedingt einsteigen. Ich sage immer, jeder Gang macht schlank. Jedes Maß an Bewegung ist super. Nur gerade jetzt, es wird spät hell, es wird früh wieder dunkel. Es ist kalt, es ist nass. Es ist nicht wirklich schön draußen. Da trainiere ich doch lieber zu Hause. Da ist es gemütlich geheizt. Ich habe meinen Kühlschrank und meine eigene Dusche. Und vor allen Dingen ist das Ganze jetzt einfach auch mal etwas hygienischer. Da sitzen nicht täglich 20 Leute drauf, sondern nur Sie, beziehungsweise Ihre Familienangehörigen. Super natürlich auch diese Laschen hier. Ja, ich habe jetzt gerade mal drauf verzichtet. Aber wenn ich jetzt hier richtig rangehe, kann ich natürlich auch noch die Füße hier entsprechend in den Laschen verankern. Macht das Ganze nochmal richtig angenehm. Denn durch das eigentliche Schwungrad ist das wie bei den professionellen Radfahrern auch. Die treten nicht nur einmal drauf, dass man also die Belastung hat. Wenn man jetzt hier nach unten tritt, die müssen gleichzeitig natürlich auch noch hinten ziehen. Das heißt, du hast also beim normalen Radfahren das Schienbein und die Wade hier mit dabei. Also die Kraftanstrengung bei der Partien. Hier kommen natürlich auch noch die Oberschenkel, das Gesäß und grundsätzlich auch der komplette Torso ins Spiel. Ein perfektes Trainingsgerät natürlich auch für Einsteiger oder auch für die, die viele oder lange Zeit nichts mehr machen konnten. Aus zeitlichen Gründen oder vielleicht aus körperlichen Gründen. Genau, der Sitz ist natürlich auch höhenverstellbar, können Sie sich ganz individuell anpassen durch das Rädchen hier hinten. Und es ist natürlich auch gesichert. Das merken Sie hier unten, dass es auch nochmal gummiert. Das heißt, da ist auch nochmal ein Schutz da, falls Sie jetzt wirklich mal ganz, ganz schnell so ein bisschen Spinning machen möchten. Das ist ja auch ganz aktuell, ganz modern. Es gibt ja viele Studios, die eben auch Spinningkurse anbieten. Das ist wirklich auf einem ganz hohen Puls, ganz, ganz schnell radeln. Und vielleicht möchten Sie ja auch mal dahin, aber bitteschön, dann soll ja Ihr Heimtrainer auch nicht noch umkippen. Deswegen haben wir da natürlich auch an Ihre Sicherheit gedacht mit unserem Heimtrainer, mit den Handpuls-Sensoren. Hier gibt es auch nochmal einen super Preis, wirklich von knapp unter 130 Euro. Und wenn Sie sich überlegen, wenn Sie im Fitnessstudio einen Vertrag abschließen, dann nimmt man meistens eine ganz, ganz lange Laufzeit, um einfach die Kosten im Monat deutlich zu minimieren. Hier haben Sie für knapp unter 130 Euro quasi Ihr eigenes Fitnessstudio zu Hause. Und wenn du dir das mal überlegst, ich habe also diese Fahrradargometer, also auch schon von namhaften Herstellern gesehen, für 400, 500, 600 Euro. Also wenn du möchtest, kannst du für diese Dinge ein kleines Vermögen ausgeben. Hier haben wir wirklich eine Top-Qualität, auch in der Verarbeitung. Ich hoffe, Sie glauben mir, dass, wenn ich Ihnen sage, dass man sehr angenehm drauf sitzt. Es ist eine sehr angenehme Sitzposition, der Sitz gepolstert, die Griffe gepolstert, die Pulssensoren im Sitz drinnen. Ein schönes, großzügiges, übersichtliches Display und wirklich ausgesprochen geräuscharm. Also auch in einer Etagenwohnung überhaupt kein Thema. Übrigens liefert unser Lieferservice das Ganze natürlich bis zu Ihnen vor die Haustür. Und auch das Aufbauen geht denkbar schnell und einfach vonstatten. Sie werden viele Jahre Freude daran haben. Und wann immer Sie Lust und Zeit haben, machen Sie ein paar Minuten Training. Das kann dem Körper nicht schaden und Sie werden sich wesentlich fitter fühlen. Wir kommen zu unserer absoluten Profi-Ausstattung. Und da haben wir schon Hunderte, um nicht zu sagen Tausende unserer Kunden, sehr, sehr glücklich mitgemacht. Denn das ist wirklich mal ein Laufband, was man nicht nur als Laufband bezeichnen kann. Das ist wirklich eine perfekte Ganzkörper-Workout-Station, die wir hier für Sie haben. Das ist wirklich für alle Profis, kann man schon fast sagen. Also das ist wirklich ein Profi-Fitness-Heimtrainer, der so viele Geräte eigentlich in einem hat. Wir sehen ja hier schon das Laufband. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Gerade so ein Laufband, da beginnt man ja ganz oft auch im Fitnessstudio, um sich im Grunde warm zu machen, um auch die Ausdauer zu trainieren. Wir haben aber noch viele, viele kleine andere Extras hier mit dabei. Aber das Laufband, da bleiben wir jetzt erstmal im Fokus, denn das ist wirklich sensationell. Du musst es wieder herhalten, genau. Aber natürlich, die Mädels immer mit euren hohen Hacken. Das Schöne ist, wenn du zu Hause trainierst, musst du jetzt auch nicht darauf achten, dass du irgendwelche Turnschuhe an hast mit heller Sohle oder nochmal ein zweites Paar Turnschuhe und so weiter. Ich habe auch schon barfuß drauf gestanden, in Socken. Warum denn nicht? Sie trainieren doch zu Hause, sieht sie doch eigentlich keiner. Und da trainieren Sie doch bitte so, wie Sie das für richtig halten. So, haben wir jetzt Start. Und hier haben Sie 15 Steigungsgrade. Das heißt, auch da bitte schön erstmal noch ein bisschen langsamer anfangen. Und ja, so wie Carsten das jetzt auch macht. Erstmal vielleicht so ein bisschen laufen, damit sich auch die Beine und die Knie und die Gelenke auch nochmal dran gewöhnen. Aber ein bisschen flotter darf es schon sein. Ein bisschen mehr Saft. Eine ganz komfortable Bedienung. Sie haben ein ganz, ganz großes Display. Da kommen wir im Detail auch gleich nochmal drauf. Mit einer großen Start- und Stopptaste. Und wenn Sie sich jetzt wundern, warum der Carsten hier so angebunden ist. Das hat persönliche Gründe. Hat persönliche Gründe. Nein, hat mit dem Fitnessgerät natürlich zu tun. Ein Sicherheitsfaktor. Zum einen finde ich super, dass man hier also die Griffe hat, wo verschiedene Bedienelemente mit dabei sind. Aber ich bin hier angeleint aus einem einfachen Grund. Sollte mal irgendetwas sein. Der Hund läuft inzwischen die Beine. Es klingelt an der Tür. Sie sind einen kurzen Moment lang abgelenkt. Möchte ich Ihnen gerne mal zeigen, was passiert. Achtung. Ups. So. Ja, schaltet sich sofort aus. Das kennen Sie ja aus vielen Filmen. Da läuft das Band dann weiter und Sie fliegen ganz, ganz schnell hin, wo Sie eigentlich gar nicht hinfliegen möchten. Das ist im Grunde unser Notstopp. Also deswegen ist der Carsten damit verbunden. Hat es nicht in der Tat wirklich persönliche Gründe. Aber das ist nochmal ein tolles Extra, an was wir auch gedacht haben. Wie gesagt, wir haben 15 verschiedene Steigungsgrade und übrigens 12 integrierte Programme. Das heißt, hier haben Sie auch automatisch so einen Personal Trainer mit dabei, der Ihnen auch die verschiedenen Steigungsgrade so ansortiert hat, dass Ihr Körper eigentlich permanent sich auf neue Gegebenheiten einstellen muss. Und das ist natürlich eine Trainingseinheit, die für Sie ganz besonders effektiv sogar ist. Sehr bequem und ausgewogen, muss ich zugeben. Was mir als allererstes auffällt, und das ist mir schon einige Male aufgefallen, ist diese gelenkschonende Art und Weise, wie das gute Stück zusammengebaut wurde. Das heißt, es federt leicht nach. Das kennen die Jogger vielleicht, die gelegentlich auch mal über Asphalt joggen. Das ist bockhart und nicht wirklich gut für die Gelenke. Im Wald, auf einem etwas lockeren Unterboden, sieht die Welt etwas anders aus. Und genau das haben wir hier auch. Das heißt, Sie trainieren sehr gelenkschonend. Gerade wenn man ein paar Kilo zu viel mit sich rumträgt, ist das ein ganz entscheidender Faktor. Ist natürlich auch perfekt, um Verletzungen vorzubeugen. Und vielleicht sind Sie auch einfach nicht mehr ganz so stabil, vielleicht ein bisschen fortgeschritten vom Alter her. Sie können sich festhalten. Das heißt, Sie haben also eine Sicherheit, dass Sie Ihren Körper trainieren. Aber trotzdem eine recht stabile Standposition und natürlich die Griffe auch noch, dass Ihnen wirklich während des Trainings überhaupt nichts passieren kann. Egal, ob Sie es etwas schneller angehen lassen oder vielleicht auch etwas gemütlich gehen, so wie ich das hier gerade mache. Was im Winter ja auch etwas schwierig ist, wenn es draußen glatt ist, dann fallen die Leute schon mal hin. Und das muss ja nicht unbedingt sein. Das wollen wir ja gar nicht. Aber nochmal, du merkst natürlich auch, dass du einen rutschfesten Untergrund hast. Deswegen sagen wir ja auch, es ist ein Profigerät. Also ganz besonders toll. Was ich auch noch als ganz Besonderes extra finde und vor allen Dingen gerade die Motivation steigert und den inneren Schweinehund ganz, ganz schnell zum Schweigen bringt, ist natürlich auch die Tatsache, dass wenn Sie trainieren, Sie auch Ihre Lieblingsmusik anhören können. Wir haben nämlich hier einen Klinkeneingang für Ihren MP3-Player. Der ist genau hier. Und so können Sie Ihrer Lieblingsmusik lauschen durch die Lautsprecher. Wie toll ist das denn? Wir haben hier an der Seite. Das Fitnessstudio kennst du das ja meistens, wenn dann irgendwelche... Ach, der eine hört Happy Metal, der Nächste hört irgendwelche Sportergebnisse und sonst irgendwas. Hier ist die Musik, die mich einfach motiviert. Ob es Beethovens, weiß ich nicht, was für eine Sonate ist oder von mir aus die aktuellen Charts. Hier mache ich es so, wie ich es für richtig halte. Ich habe natürlich auch hier nochmal so eine schöne Auflagefläche, vielleicht mal für ein Buch oder für eine Zeitschrift. Auch das nehmen viele ganz gerne während des Trainings. Und eben durch die Sensoren hier in den Griffen, natürlich auch noch Start und Stopp und die Geschwindigkeit hier einzustellen, habe ich natürlich auch meine Pulsfrequenz hier auf dem großzügigen Display perfekt im Blick. Genau. Auch hier wieder natürlich die Pulssensoren direkt am Griff. Das heißt hier nochmal einen direkten Überblick und eine absolute Kontrolle natürlich auch, wie reagiert Ihr Körper jetzt in dem Moment auf die Trainingseinheit. Und Sie spüren das schon ganz, ganz schnell, wie sich innerhalb von kürzester Zeit Ihre Ausdauer auch steigern wird. Und das sind immer diese persönlichen Erfolgsmomente, die ich ganz besonders liebe. Da fängt man an, ja. Und denkt nach zehn Minuten auch immer, ist total erschöpft und merkt dann eigentlich kontinuierlich, wenn man das immer weiter macht, Mensch, jetzt kann ich plötzlich eine Trainingseinheit mehr machen. Ich kann vielleicht fünf Minuten mehr machen. Ich kann vielleicht meinen Steigungsgrad ganz, ganz schnell verändern. Das sind wirklich Motivationsmomente, die einfach Spaß machen. Und deswegen sagen wir ja auch, die großen Vorsätze fürs kommende Jahr, die werfen Sie so schnell sicherlich nicht mehr von Bord. Denn wir haben ja hier einen Profitrainer. Ich habe jetzt hier mal die Steigerung eingestellt und das ist super. Du kannst nämlich hier mit diesem Laufband zu Hause einen Anstieg simulieren. Als wenn du einen kleinen Hügel oder vielleicht in der höchsten Stufe einen Berg hochläufst. Und das geht ja nochmal zusätzlich in die Waden. Also wenn du ein bisschen geübter bist und einfach eine neue Anregung brauchst, kannst du das hier hervorragend auch zuschalten. Eine Sache möchte ich ganz kurz noch eben zeigen, weil natürlich der ein oder andere sagt, hu, ist schon ein ganz ordentliches Ding, was die einem da anbieten. Tolles Teil, aber vielleicht ein bisschen groß. Machen wir es zu Fuß. Ich möchte Ihnen gerne zeigen, was passiert, wenn Sie es verstauen möchten. Passen Sie auf, mit zwei Fingern oder von mir aus mit einem Finger kann ich das machen. Einfach kurz hochheben. Einrasten lassen. So, und so sieht die Welt doch schon wieder ganz anders aus, oder? Genau. Wenn Sie es wieder ablassen möchten, passen Sie auf, auch das mache ich etwas rustikaler. Na, Moment. Zack. So. Das knallt nicht runter. Das heißt, auch in der Etagenwohnung, dritte, vierte Etage, drunter wohnen Leute. Senkt sich das ganze Gerät langsam ab, knallt also nicht auf den Boden. Ist natürlich auch hier entsprechend mit den ganzen Rollen und so weiter hervorragend zu bedienen. Und wird ein ständiger Begleiter sein. Nicht nur im Jahr 2013, 2014, sondern viele Jahre danach noch. Trainieren Sie, wann Sie möchten, wie Sie möchten. Ob Sie das in Badeshorts, im Anzug oder in Sportklamotten machen. Das ist Ihnen überlassen. Und über Ihren Fitnesszustand wird zu Hause garantiert keiner lästern. Sie sind im Kreise Ihrer Freunde und können das kontinuierlich wieder aufbauen. Super Angelegenheit, oder? Ja. Was haben wir denn da noch für Elemente vorne dran? Ja, das wollte ich gerade sagen. Weil wenn Sie nämlich ordentlich trainiert haben, dann merken Sie das natürlich auch an Ihren Muskeln. Und so soll das ja sein. Ich sage immer, Muskelkater ist gar nichts Schlimmes. Muskelkater ist einfach so eine gewisse Belohnung auch oder ein Dankeschön der Muskeln. Denn dann werden die mal wieder so ein bisschen zum Leben erweckt. Und für eine gute Muskelentspannung gibt es auch hier bei unserem professionellen Gerät eine Bandmassage. So sieht die aus. Die hat hier Noppen integriert. Das ist ganz besonders toll. Und das ist ja natürlich nicht nur eine Muskelstimulatur, sondern eben auch, und das finde ich gerade bei Frauen ganz besonders wichtig, die natürlich im Vergleich zu Männern immer mal wieder mit Orangenhaut und Ähnlichem geplagt werden. Diese Bandmassage, die sorgt zum einen natürlich für gute Durchblutung. Die sorgt, dass sich Ihre Muskeln entspannen. Und Sie können die ja so einstellen an Ihre Körperzone, wo Sie das brauchen. Vielleicht möchten Sie einfach Ihren Popo so ein bisschen trainiert bekommen oder die Durchblutung dort zirkuliert wissen. Dann stellen Sie es einfach so ein, dass es natürlich an Ihren Poppes geht. Oder wenn es dann auch die Hüfte mal sein soll, kann man es auch gerne ein bisschen höher machen. Und ich kenne das früher, da gab es auch Fitnessstudios dazu, Extra Studios. Die haben auch ein wahnsinniges Geld dafür verlangt. Finde ich super. Dazu kommt natürlich neben der, sagen wir mal, Rüttelmassage, etwas naiv formuliert, hier unten diese verschiedenen Vorrichtungen, um auch den Bauch, sprich also den Rumpf zu trainieren. Und die zwei Ein-Kilo-Hanteln liefern wir auch noch im kompletten Set mit dazu. Da kann man natürlich auch so ein Stück weit dieses Nordic Walking mit simulieren. Das, was man vielleicht im Winter aufgrund der Kälte und aufgrund der Bodenbeschaffenheit in der freien Natur nicht mehr machen kann, macht man jetzt eben zu Hause völlig eisfrei und in einer angenehmen Atmosphäre zu Hause. Kurz noch ein kleiner Zusatz zu unserer Fitnessstation aus Nettetal. Da schreibt unser Kunde, dieses Laufband kann man mit einem Laufband im Fitnessstudio vergleichen. Wenn es regt wird, macht es einfach Spaß, auf diesem tollen Laufband zu trainieren. Und aus Doberschütz kommt noch eine Kundenstimme. Da schreibt uns eine Dame, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis, das Laufband hält, was die Beschreibung verspricht, sehr zu empfehlen. Jetzt kosten normalerweise Laufbänder in dieser Kategorie mit diesem Qualitätsanspruch locker schnell mal 700, 800, 900 Euro, auch gern mal vierstellig. Wir bieten es Ihnen heute für unter 400 Euro an. Wir liefern sogar noch Porto- und Versandkosten frei bis vor Ihre Haustür. Nur den inneren Schweinehund, den müssen Sie dann bitte noch überwinden. Aber glauben Sie mir, das wird Ihnen Spaß machen und Sie werden wieder Freude an der Bewegung und am Sport finden. Bestellnummer hier ist die NC5585 und die 569 für unsere Premium-Fitnessstation, schon viele hunderte Male von unseren Kunden bestellt. Und ich denke, dass doch die meisten davon sehr, sehr zufrieden waren. Denn die Trainingsergebnisse werden sich hier mit dieser Unterstützung sehr, sehr schnell einstellen. So, liebe Zuschauer. Jetzt wollen wir weitermachen, oder? Jetzt wollen wir weitermachen und wir freuen uns jetzt auf Produkte von Perinature. Ja, die Weihnachtszeit. Ich bin noch angeleint, bin ich gerade hier. Du bist noch angeleint. Ja, ja. Haben es doch persönliche Gründe gewesen, ne? Genau. Ja, liebe Zuschauer, Weihnachten steht vor der Tür, wir können es nur immer wieder sagen. Und natürlich schmecken die Plätzchen ganz besonders toll. Natürlich schmeckt die ganz, ganz besonders toll. Also man ist eigentlich permanent eingeladen und ist am Naschen und am Essen. Und ich sage Ihnen eins, natürlich schmeckt das gut. Aber irgendwie kommt immer so das schlechte Gewissen dann auch hervor, wo man denkt, oh Mann, jetzt habe ich viel zu viel gegessen. Und eigentlich wollte ich doch so ein bisschen auf meine Figur achten. Liebe Zuschauer, wir zeigen Ihnen jetzt wirklich so eine kleine Wunderwaffe, die Sie durch die Feiertage bringt, ohne dass Sie das nachher dann an Ihren Hüften spüren oder sehen. Nämlich unsere Fatburner-Kapseln. Dazu kommen wir jetzt. So sehen die aus. Das sind also Kapseln, die sind gefüllt mit grünem Spargel, kann man mal erstmal so stehen lassen grob und mit indischem Kürbis. Und was die für Merkmale haben, warum die so besonders toll sind, da gehen wir natürlich nochmal im Detail gleich drauf ein. Wir haben hier auch einen kleinen Versuchsaufbau für Sie vorbereitet, um das auch mal optisch klar zu machen, was hier eigentlich auch in Ihrem Körper passiert. Ganz kurz, den indischen Kürbis, den kennt man seit Jahrhunderten in der Ayurveda-Medizin. Ist also wirklich bekannt und dass hier natürlich die Hemmung von Fett in Kohlenhydraten unterstützt wird, ist ein Thema. Interessant ist natürlich der grüne Spargel, den Sie landläufig als Schlankmacher kennen. Der entwässert. Harndrang ist da das Thema. Wenn Sie im Frühjahr oder im Sommer Spargel essen, kennen Sie das. Da muss man häufiger mal dorthin, wo Sand gestreut ist, als vielleicht an anderer Stelle. Und dieses Prinzip nutzen wir natürlich hier in der Kombination mit dem indischen Kürbis aus. Ballaststoffe, Mineralstoffe sorgen natürlich auch für ein vernünftiges Maß an Sättigungsgefühl. So, jetzt gucken wir uns das Ganze mal an, wie das im Körper normalerweise bei Ihnen aussieht. Denn das, was wir Ihnen gerade anbieten, bindet quasi das Fett in Ihrem Körper und wird auf natürliche Art und Weise wieder ausgeschieden. Genau, das simuliert jetzt im Grunde so ein bisschen Ihre Mahlzeit. Das ist ja auch gemischt mit vielen Fetten sind da mit dabei. Natürlich Kohlenhydrate und, und, und. Und die Fette, das ist ja das ganz, ganz Schlimme, was immer so schön ansetzt. Kohlenhydrate werden ja dann irgendwann in Fett umgewandelt. Auch da, das wird natürlich gehemmt, dieser Vorgang. Und ich versuche es mal, meine Kapsel hier aufzumachen. Die schlucken Sie natürlich komplett runter. So, jetzt mache ich das Pulver mal hier rein. Ja. Und rühre das mal ein bisschen rum. Ja, ich glaube, bei einem kann man auch schon den Effekt sehen. So, siehst du das, wie das hier verklumpt? Schau dich das mal an. Warte, ich mache noch mal ein bisschen mehr drauf. Genau. Denn genau das ist es eigentlich, was auch in Ihrem Körper passiert. Das heißt, das Fett wird gebunden, wird also nicht mehr, oder Kohlenhydrate werden nicht mehr in Fett umgewandelt. Und das werden Sie merken. Das werden Sie merken, wenn Sie natürlich gerade jetzt an die Süßspeisen und dergleichen, an die ganzen fettigen Speisen herangehen. Dass das ein ganz gewaltiger Unterschied sein wird zu dem, was Sie normalerweise im Laufe der letzten Jahre an Ihrem Körper so alles festgestellt haben. 90 Stück sind drin. Das heißt, bei zwei Stück, das wäre die empfohlene Tagesdosis, ist das eine Kur für ungefähr anderthalb Monate. Wir haben überragende Kundenstimmen dazu bekommen. Die meisten Kunden waren hellauf begeistert als Diätunterstützung natürlich, um einfach mal das ein oder andere lästige Pfund loszuwerden. Vielleicht auch in Verbindung mit den Sportgeschichten, die wir Ihnen gerade gezeigt haben. Sehr, sehr zu empfehlen und vor allen Dingen hier auch richtig günstig zu haben. Denn wir haben hier einen Preis von 5,41 Euro für 90 Stück. Genau, also Sie entwässern Ihren Körper, Sie sorgen dafür, dass eben Fette und die Kohlenhydrate direkt wieder ausgeschieden werden. Nur so viel im Körper zurückbleibt, was der Körper letztendlich auch braucht. Ganz kurz, aus Hügelheim schreibt uns eine Kundin, täglich nehmen und sich überraschen lassen. Genau so ist das, ja. Ja, wir haben weitere ganz interessante Geschichten für Sie. Übrigens sind sämtliche Kapseln, ob das die Fatburner-Kapseln sind, die Herz-Kreislauf-Kapseln, auch Spirulina werden wir Ihnen gleich noch zeigen. Die Prostatakapseln und auch die Manpower-Kapseln lieferbar, liebe Leute. Ich weiß, dass viele von Ihnen darauf gewartet haben, bis die Lieferung endlich wieder da war. Ich kann Sie beruhigen, wenn Sie heute zugreifen, ist das alles innerhalb kürzester Zeit bei Ihnen zu Hause. Vielleicht haben Sie gute Vorsätze fürs nächste Jahr, möchten vielleicht einfach mal wieder den inneren Schweinehund überwinden und das Ganze vielleicht mit dem einen oder anderen Goodie noch ergänzen. Und ich denke, dass wir Ihnen hier genau das Richtige anbieten. Reden wir über die Herz-Kapseln. Man darf ja nicht vergessen, dass das menschliche Herz keine Pause macht. 24 Stunden, sieben Tage die Woche, immer Vollgas, fünf, sechs Liter Blut durch den Körper. Das schlaucht, das ist anstrengend und da sollte man dem wichtigsten Muskel seines Körpers gelegentlich mal was Gutes gönnen. Genau, Herz-Kreislauf, ja das pumpt die ganze Zeit. Also Ihr Herz, das leistet wirklich Höchstformen an Konzentration und natürlich an Power. Und das tagtäglich, je nachdem, wie sehr Sie Ihr Herz beanspruchen oder wie sehr Sie es auch, ich sage es jetzt mal ganz bewusst, auch ein bisschen quälen. Und zwar einmal durch überfettete Mahlzeiten, natürlich auch durch Rauchen und so weiter. Und Ihr Herz einfach so ein bisschen fitter zu halten und auch zu unterstützen, so ein bisschen Dankeschön zu sagen für das, was es Ihnen tagtäglich hier leistet, haben wir hier die Herz-Kapseln für Sie. Die sind nämlich reich an Vitaminen B1, zum Beispiel C, E oder auch K. Und das sorgt zum einen dafür, dass Ihr Immunsystem gestärkt wird und auch die Zellgesundheit natürlich erhalten bleibt. Gerade Blutdruck, das ist eben das, was ich eben meinte, wenn man zu und permanent eigentlich fettig ist, das merkt natürlich das Herz auch, das wird schwer, das Pumpen fällt natürlich auch ein bisschen schwieriger. Und das merkt man, das merkt man, das merkt man, das merkt man, wie gesagt, unterstützt natürlich durch Rauchen, durch einen unsteten Lebenswandel, unregelmäßiges Essen. Berufstätige Menschen haben mitunter gar nicht so die Zeit, sich so ausgewogen zu ernähren, dass der Körper da auch positiv darauf reagiert. In der heutigen Zeit wird das nicht besser werden. Und insofern ist das hier eine wirklich perfekte Ergänzung für den wichtigsten Muskel in Ihrem Körper. Der Blutdruck wird hier ein Stück weit abgesenkt, das Blutfett wird natürlich reduziert. Und selbstverständlich wird hier auch durch Weißdorn und Ginkgo alleine hier auch eine gewisse Kräftigung vorgenommen, sodass Sie wirklich hier Ihrem wichtigsten Muskel des Körpers ein Stück weit entgegenkommen können und ihn in seiner täglichen Arbeit unterstützen. Genau, wir empfehlen Ihnen zwei Kapseln pro Tag. Immer wieder sagen wir dazu, ganz, ganz viel Wasser noch mit dazu einnehmen. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Zum einen animiert es ja auch dazu, viel Flüssigkeit zu trinken. Und wie gesagt, mit den zwei Kapseln haben Sie Ihre Tagesdosis. Die überschreiten Sie bitte auch nicht, denn das ist die empfehlende Dosis von unserer Seite. Perinature, wie auch der Name ja schon sagt. Das sind natürlich auch Naturprodukte, da legen wir ganz besonders viel Wert drauf. Und wenn auch Sie Ihrem Herzen und Ihrem Kreislauf etwas Gutes tun möchten und das für 7,46 Euro dann schnell bestellen. Die PV 8404 und die 569, da kommen 50 Kapseln zu Ihnen nach Hause und Sie werden schon innerhalb von kürzester Zeit merken, wie Ihr Herz langsam und richtig stark wird, wie Sie konzentrierter sind und wie Sie einfach ein bisschen lebensfroher sind. Und lebensfroh, das ist ja auch nochmal gerade das Thema so in dieser Jahreszeit. Wir kriegen das oft so ein bisschen versaut, indem wir einfach eine Schnupfennase haben, kritisch sind, Halsschmerzen haben. Und davon ist der menschliche Körper leider sehr abhängig. Gerade in der Winterzeit sind viele Leute immer wieder erkältet, weil natürlich das Immunsystem ein Stück weit in Mitleidenschaft gezogen wird. Sie haben auf der einen Seite die bullig heiß beheizten Räume, diese trockene Luft natürlich. Sie haben auf der anderen Seite diese klirrende Kälte, dieses nassfeuchte Klima da draußen. Das ist nicht wirklich gesundheitsfördernd. Und deswegen möchten wir Ihnen gerne neben unseren Fettburner und Herzkapseln natürlich auch den Klassiker zeigen. Und das sind die Spirulina- und Gerstengraskapseln. Die sind für die tägliche Nahrungsergänzung absolut perfekt und sind vor allen Dingen hier auf natürlicher Basis entstanden. Anders als die meisten Nahrungsergänzungspräparate, die ich für horrendes Geld in den Apotheken oder Reformhäusern kaufen kann. Denn Spirulina ist ja eigentlich eine Alge. Richtig, ist eigentlich eine Alge und ist auch schon seit vielen, vielen Jahren im asiatischen Raum ganz besonders bekannt und beliebt. Und irgendwann vor einigen Jahren habe ich das allererste Mal von Spirulina gehört. Da kam ein Freund von mir her und der sagte, du musst das unbedingt mal ausprobieren. Das ist so toll. Ich fühle mich fitter, seitdem ich Spirulina nehme. Denn Spirulina und eben auch das Gerstengras, was hier bei uns mit enthalten ist, das sorgt ja auch für eine gute und für eine regulierte Darmtätigkeit. Und wie du ja weißt, der Darm ist irgendwie so die Quelle von der Gesundheit, die der Körper nun mal so hat. Vom Darm gehen ganz, ganz viele Krankheiten aus. Das weiß man manchmal gar nicht. Ist der Darm nicht in Ordnung? Ist er übersäuert oder einfach nicht in der Zirkulation, wie er sein soll? Spüren Sie das ganz, ganz schnell durch Müdigkeit, durch Erschlappen, dass Ihr Immunsystem einfach nicht mehr so stabil ist, wie es jetzt gerade in dieser Jahreszeit sein sollte. Denn da ist es wirklich permanent irgendwie am Abwehren, damit die ganzen Viren und Bakterien auch unseren Körper nicht überfallen. Und dafür sorgt eben Spirulina und unser Weißdorn. Finde ich ganz hervorragend. Kollege Kai hat es getestet. Seit einigen Wochen nimmt er täglich die empfohlenen Tagesdosis von vier Stück. In der Regel ist er über den Tag verteilt. Eine zum Frühstück, zum Mittag, zum Nachmittag und zum Abend dann die letzte. Er sagt, also hör mal, ich fühle mich wesentlich fitter. Ich komme morgens schneller aus dem Bett. Ich bin einfach ausgeglichener. Ich bin einfach wesentlich fitter, wesentlich vitaler über den ganzen Tag verteilt. Konzentrierter. Das war das, was er mir sagte. Kommt auch noch dazu. Mich persönlich hat er überzeugt. Ich werde mir also auch mal so ein Päckchen mal mitnehmen. Da sind 500 Stück drin und werde einfach mal testen, wie sich das auch für mich und mein persönliches Wohlbefinden niederschlagen wird. Spirulina haben wir, glaube ich, erklärt. Natürlich auch ein hoher Calciumanteil. Das ist hervorragend für die Verdauung, für die Haare, für die Knochen, für die Zähne natürlich. Ja, genau. Zahnfleisch vor allen Dingen. Kommt auch noch dazu. Diese Zahnfleischentzündungen, die vielleicht auch viele haben, die mit dritten Zähnen Probleme haben oder mit Zahnersatz auch Probleme haben. Da kriegst du ja ganz, ganz schnell und ganz, ganz oft Zahnfleischbeschwerden. Ist man sehr anfällig, das stimmt. Also da können Sie natürlich auch schon wieder ein Stück weit vorbeugen dann. So, natürlich haben wir hier in dem Gerstengras auch einen hohen Vitamin C-Gehalt. Das heißt, es unterstützt das Immunsystem auf völlig natürliche Art und Weise, ohne dass irgendwo eine Chemokeule zum Einsatz kommt. Und natürlich haben wir hier auch einen Beitrag zur Kollagenbildung. Das ist super für die Gelenke, für die Haut natürlich und für alles andere ebenfalls im Körper. 500 Stück sind drin, 4 Stück ist die empfohlene Tagesdosis. Und das heißt, Sie haben hier also mit einer Bestellung, also wenn Sie einmal zugreifen, circa eine Kur für drei Monate. Decken Sie sich ruhig mal mit einem Vorrat ein, da kann man nichts verkehrt machen. Wir sind nämlich hier bei einem Preis nicht per 40 Euro knapp, wie es der Hersteller normalerweise vorgibt. Wir bieten Ihnen das aufgrund der hohen Stückzahlen, die wir eingekauft haben, zu einem absoluten Spitzenpreis von 9,16 Euro an. 9,16 Euro für 500 Spirulina und Gerstengraskapseln, das ist ein Spitzenpreis. Kein Wunder, dass unsere Zuschauer so begeistert sind. Ich möchte wetten, dass wir auch hier diese Ladung, die wir bekommen haben, extra vom Zulieferer innerhalb kürzester Tage wieder ausverkaufen. Deswegen bitte schaffen Sie sich einen vernünftigen Vorrat an. Dann haben Sie erstmal ordentlich was, um auch im Jahr 2014 ein paar gute Vorsätze vernünftig umsetzen zu können. So, wir sind bei einem Punkt, den kennen die Männer ab 40, die Männer ab 35 mitunter, die Zeit schreitet voran. Und das ist das Thema Prostata. Ein sehr unangenehmes Thema für den einen oder anderen, vielleicht speziell auch für die älteren Semester. Aber ich bin natürlich jetzt auch mit 41 in einem Alter, wo ich mir meine Gedanken drüber mache. Denn so langsam aber sicher setzt das ein oder andere Zipperlein ein. Und wenn das Kind einmal in den Brunnen gefallen ist, sage ich Ihnen ganz ehrlich, weiß ich nicht, ob ich mit den Folgen, mit den Konsequenzen leben möchte. Und deswegen kann man im Vorfeld etwas tun, um seine Prostata für die Männer natürlich hier ein Stück weit zu unterstützen. Und da kommen unsere Prostata-Kapseln für Sie ins Spiel. Ja, vielleicht waren Sie auch schon beim Urologen gewesen. Der hat Ihnen gesagt, Mensch, da müssen Sie ein bisschen aufpassen. Wie gesagt, bei Männern ab 50 ist die Gefahr von einer vergrößerten Prostata natürlich um einiges erheblich größer als bei Männern, die noch so ein bisschen jünger sind. Ganz klar. Das ist ein ganz, ganz großes Thema. Und auch da sind uns die Asiaten wieder einiges voraus, denn die nutzen bereits ähnliche Prostata-Kapseln, wie wir die Ihnen jetzt heute anbieten. Eben auch mit Betasitosterol heißt er. Soja-Extrakte sind da auch mit dabei. Wie gesagt, die Asiaten sind uns da um einiges schon voraus. Und es gibt sogar eine Studie, die ganz klar besagt, in Asien gibt es die wenigsten Prostata-Erkrankungen. Und das hat eben diese Studie auch herausgefunden, dass das eben daran liegt, dass die Asiaten da vorbeugen. Dann haben wir uns gedacht, nein, was die können, das wollen wir natürlich hier auch haben. Wir wollen unsere Männer ja auch schützen. Deswegen haben wir diese Prostata-Kapseln auch auf den Markt gebracht. Sie werden auch merken, es verbessert natürlich den Haarenfluss. Und es senkt durchaus die Gefahr von Prostata-Erkrankungen. Und wenn Sie das jetzt wirklich kurativ dann einfach mal machen und vielleicht den nächsten Termin beim Urologen wieder bevorstehen haben, was meinen Sie, wie der staunen wird und sagen wird, ey, sowieso, das ist ja richtig gut geworden bei Ihnen. Keine Gefahr mehr da. Ganz ehrlich, das ist natürlich, ich sag mal, es ist leicht dahergesagt, die Herrschaften, die Männer speziell, die da einfach von betroffen sind, die werden wahrscheinlich jetzt sehr, sehr hellhörig werden. Denn ich sag mal, Prostatakrebs ist tatsächlich eine der verbreitetsten Krebsarten bei den Männern heutzutage. Und die Tendenz ist leider steigend. Und ich sag mal, gerade die Männer ab 40, spätestens ab 50, da sagt die Statistik, dass fast 50 Prozent der Männer über 15 an der vergrößerten Prostata leiden. Da sollte man einfach rechtzeitig gegensteuern, rechtzeitig vorbeugen, präventiv gegen vorgehen. Und das kann man natürlich hier auf völlig natürliche Art und Weise machen. Durch die entsprechenden Zusatzstoffe, auch die Beeren der Sägemehlpalme, von denen man weiß, dass hier natürlich auch Medikamenten eingesetzt werden. Aber hier eben speziell der Vergrößerung der Prostata vorbeugen. Dazu kommen eben die Soja-Extrakte, die also mit Isoflavonen angereichert sind. Die sollen das Risiko, und das hat man eben in den asiatischen Bereichen, von Prostataerkrankungen deutlich senken. Und da haben wir auch eine Kundenstimme aus München zu. Da schreibt unser Kunde, vorbeugen kann nicht schaden. Ich nehme sie täglich. Auch hier haben wir die zwei Stück pro Tag. 90 Stück sind drin. Anderthalb Monate wäre also hier die Kur, die Sie machen können. Probieren Sie es einfach mal aus. Sie werden feststellen, dass Sie sich nach kurzer Zeit dann wahrscheinlich doch ein Stück weit eher in Sicherheit wiegen können, als wenn Sie das Ganze einfach mal auf sich zukommen lassen. Das Ganze für 5,41 Euro, also da kann man nichts falsch machen. Auch hier natürlich ganz klar Richtung Gesundheit und ökologisch auch gedacht. Es ist keine Chemie hier in unseren Kapseln vorhanden. Das finde ich gerade noch mal wichtig, gerade Ihnen auch zu sagen, liebe Zuschauer, die vielleicht ja durchaus vom Arzt verschriebene Medikamente nehmen müssen. Und da fragt man sich immer, naja, eine Chemie mit einer anderen Chemie mischen, ob das alles so funktioniert. Deswegen haben wir bewusst auch uns für Perinature entschieden, um Ihnen reine Naturprodukte anzubieten, auch hergestellt in unserem Lande, in Deutschland. Also von dem her können Sie uns da vertrauen. Und wie gesagt, der Geldbeutel, der wird es Ihnen auch danken, denn Sie sparen wahnsinnig viel Geld. Wir haben eigentlich knapp unter 10 Euro und jetzt liegen wir bei 5,41 Euro. Also wie gesagt, da bestellen Sie sich einen Vorrat mit mit der PV 8405 und der 569. Grundsätzlich möchte ich noch eine Sache dazu sagen. Natürlich bin ich kein Mediziner. Alex, du auch nicht. Insofern, wenn Sie also wirklich ein körperliches Zipperlein haben, bitte scheuen Sie nicht den Besuch beim Arzt. Das, was wir Ihnen natürlich anbieten können, ist ein Stück weit unterstützend, um natürlich hier auch verschiedenste Bereiche des menschlichen, des männlichen Körpers mitunter, um da nochmal die Prostatakapseln aufzugreifen, ist eben eine Art Unterstützung. Wir möchten also nicht den Arzt ersetzen, aber viele unserer Kunden schreiben uns immer wieder, Mensch, ich habe es ausprobiert und bei mir hat es einen gewissen Effekt erzeugt. Wenn Sie das auch mal ausprobieren möchten, machen Sie heute Ihr Schnäppchen. Wir haben Sonderkonditionen für Sie und Perinature hat schon viele Hunderte, um nicht zu sagen Tausende unserer Kunden, sehr, sehr glücklich gemacht. Natürlich auch, wenn es um die Libido geht. Und da sind wir bei einem ganz entscheidenden Faktor bei etwas älteren Männern, bei etwas reiferen Männern. Es geht also nicht nur darum, dass man jetzt die sexuelle Leistungsfähigkeit steigern kann. Es geht natürlich auch darum, das sexuelle Lustempfinden ein Stück weit voranzutreiben und einfach auch, ich sage mal, die Möglichkeiten, die man als Mann hat, vielleicht ein wenig, ja, wenn ich jetzt sage, zu potenzieren, klingt das ein bisschen verrückt, aber genau das ist es eigentlich. Unsere Manpower-Kapseln von etlichen hunderten Männern getestet, voll des Lobes, sind unsere Kunden definitiv. Und auch hier kann man sagen, Manneskraft aus Pflanzensaft. Denn nichts anderes ist es, eine sehr potente Pille, natürlich mit einer sehr einprägsamen Farbe. Ja, in Blau. Aber nicht rautenförmig. Ja, wir bleiben beim männlichen Körper, aber in diesem Falle muss ich auch wirklich sagen, da freuen sich ja nicht nur die Männer, wenn das alles wieder funktioniert, sondern natürlich auch die Damen, logischerweise. Deswegen darf ich an dieser Stelle natürlich auch Ihnen dieses Produkt ans Herz legen. Manpower-Kapseln steigert natürlich die Potenz, du hast es eben schon gesagt. Und wir haben hier Inhalte von Muirapuama. Weißt du, was das ist? Verrätst du es mir? Das ist der Potenzbaum. Aha. Ja. Nomen ist Omen, oder? Ja, so muss das irgendwo sein. Da ist das Extrakt mit dabei, genauso wie Guarana-Pulver. Und Guarana, das kennt man vielleicht auch aus anderen Zusammenhängen. Das ist so ein bisschen intensiver als Kaffee. Und Kaffee, das wissen wir alle, das steigert natürlich unsere... Genau, und so ist das eben nochmal ein bisschen deutlicher und ein bisschen intensiver mit Guarana. Deswegen auch hier mit Guarana. Und zwei Kapseln pro Tag. Es gibt ja andere Kapseln, die auch blau sind. Die nimmt man dann bei Bedarf. Wir sagen ganz klar, da wir natürlich auch hier in diesem Falle mit Naturprodukten arbeiten, nehmen Sie zwei am Tag. Sie werden auch generell merken, dass Sie sich fitter fühlen und einfach vielleicht auch ein bisschen mehr Lust haben. Ja, ganz genau. Das ist doch schön. Ist doch für beide Seiten ganz angenehm, oder? Dazu kommt natürlich auch noch der sogenannte Markerextrakt. Und das kennt man speziell in Lateinamerika, in Peru, seit vielen Jahrtausenden, ehrlich gesagt. Das gilt dort als Aphrodisiacum. Und da gibt es sogar klinische Untersuchungen drüber. Und da sagen also wirklich einschlägige Studien, dabei handelt es sich wirklich um ein revolutionäres Biopotenzmittel. Nichts anderes ist es eigentlich. Und das eben nicht nur in Deutschland hergestellt mit den Inhaltsstoffen, die auf der ganzen Welt zusammengetragen worden sind. Ein wirklich perfektes Zusammenspiel aus natürlichen Produkten, die die Libido, allein das Lustempfinden, ein Stück weit vorantreiben soll. Aber natürlich auch ein Stück weit das Stehvermögen der Herren unterstützt. Warum nicht? Probieren Sie es einfach mal aus. Natürliche Zutaten sorgen hier für ein ordentliches Erlebnis. Und wenn wir natürlich jetzt hier mal schauen, auch da sind unsere Kunden voll des Lobes. Auch da schreibt unser Kunde aus Heidelberg, vorbeugen kann auch in diesem Zusammenhang nicht schaden. Probieren Sie es einfach mal aus. Schreibt da mit einem kleinen Smiley dahinter. Und übrigens sehr, sehr günstig zu haben aktuell. Wir haben es für 8,71 Euro im Programm. 90 Stück sind drin. Das reicht für anderthalb Monate bei zwei Stück empfohlener Tagesdosis. Probieren Sie es doch einfach mal aus. Und schreiben Sie uns mal, wie Ihnen denn der Effekt oder das Ergebnis denn unterm Strich gefallen hat. Würde mich auch persönlich mal sehr gut interessieren. Die PV 8406 und die 569 ist hier. Hast du da eine Spritze in der Hand? Ja, ich habe jetzt hier mittlerweile eine Spritze in der Hand. Denn das kennen Sie sicherlich auch. Es gibt ja Möglichkeiten, zu einem Schönheitschirurgen zu gehen und zu sagen, ich habe da so Mimikfalten und hier Nasolabialfalte. Das stört mich einfach so ein bisschen. Könnten Sie mir das nicht wegspritzen? Da sagt er natürlich ganz klar, 2, 3, 4, 500 Euro. Je nachdem, wie viele Stellen behandelt werden müssen. Fakt ist aber, dass Sie in dem Falle Nervengift unter die Haut spritzen. Über die Spätfolgen wissen wir noch nicht allzu viel. Fakt ist es nur, natürlich sind wir gestrafft. Aber gerade unseren Körper, den wollen wir doch bitte schön auch in Sicherheit wiegen. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal zu diesen Spritzen hier, ade. Will ich nicht, machen wir nicht. Also die Nadel machen wir weg. Aber die Spritze behalten wir noch so ein bisschen. Denn was wir für Sie jetzt haben, ist ein Produkt, wo Sie wirklich den gleichen Effekt haben. Nämlich eine ganz, ganz tolle Straffung auf der Haut. Sich aber weder einem Nervengift aussetzen müssen, wie gesagt, in Spätfolgen, die ja noch gar nicht ganz klar erkennbar sind, sondern auch hier in dem Falle wieder Naturprodukten. Schau Sie dir an, die ganzen Schauspieler. Mickey Rook, Sylvester Stallone, selbst eine Nicole Kidman. Die hat doch gar keine Mimik mehr. Und das als Schauspielerin. Ich zeige Ihnen das jetzt hier mal auf der Handfläche. Das wird normalerweise entsprechend im Gesicht verteilt. Die Zornesfalte um die Augen herum, Nasolabialfalte. Also die Stellen, die gerne auch mal im Laufe der Jahre ein Stück weit in Mitleidenschaft gezogen werden, wo sich Falten einfach bilden. Das macht man natürlich auf dem ausgereinigten Gesicht. Dadurch, dass wir hier geschminkt sind, möchte ich es Ihnen hier mal auf dem Handrücken zeigen. Ich habe es aber hier nicht nur für Sie auf dem Handrücken. Ich habe es auch persönlich getestet. Und bin ehrlich gesagt auch persönlich voll des Lobes. Ich war skeptisch. Ich habe so viele Antifaltencremes und so weiter aus der Apotheke getestet. Da weiß man nach zwei, drei Monaten eigentlich gar nicht mehr, wie war das denn eigentlich vorher. Da hat man so einen gewissen Placebo-Effekt und glaubt, komm, ich habe jetzt 80 Euro bezahlt. Da muss doch was bei rumkommen. Einen richtigen Effekt habe ich noch nie gesehen, bis ich Novo-Tox entdeckt habe. Schauen Sie doch bitte mal. So sehe ich übrigens ungeschminkt aus. Ganz schön faltig. Macht mir ehrlich gesagt ein bisschen zu schaffen. Wird auch nicht mehr besser werden im Laufe der nächsten Jahre. Mitunter ein unsteter Lebenswandel. Der eine wird es kennen. Der eine oder andere bin ich natürlich nicht wirklich glücklich mit. Aber deswegen haben wir eben eine spezielle Rezepturmischung bei unserem Novo-Tox. Und da sind wirklich Inhaltsstoffe drin. Die sind absolut sensationell. Und wir können hier wirklich von einem revolutionären Antifaltenmittel sprechen. Du hast es selber ausprobiert, Alex. Wie war es denn für dich eigentlich? Also ich fand es toll. Ich habe es ausprobiert, genauso wie meine Mutter. Die hat das auch ausprobiert. Und das Schöne ist wirklich, dass wir zwar sagen, dass man innerhalb von 15 Minuten einen Effekt sieht. Meine Erfahrung war in der Tat, dass wir weniger als 15 Minuten gebraucht haben, bis ein Effekt da war. Also im Grunde auf die Hand bzw. auf die Flächen im Gesicht aufgetragen. Ich klopfe das immer ganz gerne mal noch so ein bisschen ein. Das ist so ein kleiner Tipp auch von Kosmetikerinnen und Kosmetikern. Ja, wahnsinn, der Unterschied, ne? Die einfach sagen, das Serum so ein bisschen einklopfen in die Haut, weil das in dem Moment ja auch so ein bisschen zirkuliert. Und ich habe eine Straffung schon viel, viel früher als die 15 Minuten, die wir eigentlich angeben, gesehen vor allen Dingen und auch gespürt. Und das Schöne ist natürlich auch, wenn man es nicht nur selber spürt, sondern wenn auch jemand zu dir kommt und dann einfach sagt, Mensch, heute siehst du aber so frisch und so erholt aus. Hast du gut geschlafen? Bist du verliebt? Oder warst du im Urlaub? Oder was das sind so die Fragen, die man dann normalerweise zu hören bekommt. Denn der Effekt ist wirklich beachtlich. Ich habe das auch nicht für möglich gehalten. Aber innerhalb von kürzester Zeit, nach ein paar Minuten, merkt man, wie die Haut ganz langsam anfängt, leicht zu spannen. Bitte, bevor wir uns missverstehen. Das ist nicht unangenehm. Genau das Gegenteil ist der Fall. Das ist ungefähr so, als wenn dir tatsächlich jemand hier irgendwo so die Haut so ganz leicht zurückzieht. Dadurch kriegt man natürlich nicht sämtliche Falten aus dem Gesicht weg. Aber diese kleinen Mimikfällchen, die sind einfach so nicht mehr in dieser Form vorhanden. Ich war selber überrascht, dass ich das Ergebnis gesehen habe. Hält natürlich jetzt nicht über mehrere Monate. Ist ein Effekt, der ungefähr so acht bis zehn Stunden anhält. Insofern können wir sagen, vielleicht nach einem anstrengenden Tag, wenn Sie abends noch was vorhaben. Oder wenn Sie tagsüber wichtige Kundentermine haben, ein Bewerbungsgespräch zum Beispiel. Oder auch gerne mal mit Freunden, mit Freundinnen zusammensitzen beim Kaffeeklatsch und möchten da einfach etwas frischer aussehen. Da ist Novo Tox genau das Richtige für Sie. Übrigens liefern wir Ihnen zehnmal ein Millimeter Einwegspritzen. Wir haben uns extra für diese Spritzen entschieden. Nicht um irgendwie ein Publikat auf den Markt zu bringen, sondern einfach Sie können hier auf der Skala ganz leicht erkennen, wie viel Sie brauchen. Und Sie werden auch feststellen, dass Sie relativ wenig über den Tag verteilt dann auch brauchen. Und vor allen Dingen ist es natürlich eine ganz saubere Sache. Sie kennen das sonst von Cremetiegels. Da langt man ganz gerne mal mit seinen Fingern rein. Schon ist der Tiegel letztendlich ja auch verschmutzt. Und das ist wirklich Millimeter ganz genau ausgesondert, was Sie für die Haut brauchen. Und Sie werden feststellen, dass Sie eigentlich so eine Spritze, ich sag mal, wenn man das ganze Gesicht damit bearbeitet, haben Sie eine Spritze, zwei bis drei Tage davon. So war meine Erfahrung. Mit einer Spritze komme ich so ungefähr eine Woche hin. Sogar eine Woche. Ich nehme ungefähr so eine Erbsengröße und das reicht völlig aus. Übrigens natürlich auch auf Herz und Nieren getestet worden. Und da gibt es viele Studien, viele Zertifikate mittlerweile drüber. Wir haben mit einem absoluten sehr gut abgeschnitten. Unser Novo Tox ist einfach die Revolution in der Faltenbekämpfung auf dem deutschen Markt. Und Sie kriegen unsere zehn Spritzen hier ohne Nadel zur reinen äußerlichen Anwendung heuer für einen absoluten Spitzenpreis. Wir sprechen also hier von Preisen von deutlich unter 15 Euro für insgesamt zehn Stück. Das war nicht alles, was wir gezeigt haben. Wir werfen einen Blick zurück und haben mit dem Vibrationstrainingsgerät in dieser Sendung begonnen. Genau, unser Vibrationstrainer, den ich Ihnen nur empfehlen kann, denn bei mir zu Hause steht der auch zehnmal effektiver als ohne Vibration mit der Bestellnummer NC 5280 und der 569. Also zehn Minuten darauf sind wir anderthalb Stunden Fitnessstudio. Das ist genial. Probieren Sie das aus. Das ist ein super Effekt. Ein Klassiker. Der Heimtrainer mit Handpulssensoren mit vier Kilo Schwungmasse. Je nach Fitnesszustand natürlich einstellbar. Auch die Höhe ist einstellbar. Top verarbeitet. Angenehme Sitzpositionen und Sie trainieren zu Hause. Da guckt Ihnen keiner auf den Pupu, da schaut keiner nach, ob Sie es hinkriegen. Sie trainieren dann, wenn Sie das für richtig halten, in der Intensität und in der Länge, so wie Sie das möchten. Sie werden schnelle Fortschritte bei sich selber feststellen. NX 1079 und die 569, der Preis von unter 130 Euro, natürlich super. So, wir haben natürlich auch ein Premium-Fitnessgerät für Sie. Eine Station sogar für Profis mit einem ganz, ganz tollen professionellen Laufband. Sie bekommen natürlich auch eine Bandmassage. Auch das ist mit beinhaltet. Genauso wie die ein Kilo handeln. Und auch hier haben Sie nochmal die Möglichkeit, Ihren Bauch zu trainieren. Also quasi ein kleines Fitnessstudio für Sie zu Hause unter der NC 5585 und der 569 für knapp unter 300 Euro. 400 Euro, Entschuldigung. So, und dann sind wir jetzt beim Thema Perinature. Und das bedeutet, in Deutschland hergestellt nach strengsten Qualitätsüberwachungen, dann also auch den Weg hier zu uns gefunden, unsere Kapseln. Und da haben wir Ihnen die berühmten Fatburner-Kapseln gezeigt, zigtausende Male von unseren Kunden bestellt, weil sie einfach funktionieren. Es ist Spitzenklasse, weil wir hier sagen, schlank durch Pflanzenkraft mit der PV 8407 und der 569 für alle die, die im Januar 2014 gute Vorsätze haben. Zu einem Preis von 5,41 Euro gerne mal einen Vorrat bestellen. So, Ihr Herz leistet jeden Tag Höchstleistung, ist gerade um die Weihnachtszeit vielleicht noch ein bisschen mehr, denn da essen wir auch ein bisschen mehr und sind vielleicht nicht ganz so aktiv. Wenn Sie Ihr Herz trotzdem schützen möchten und dafür sorgen möchten, dass Sie konzentriert weiterhin durch den Tag gehen, dann mit der PV 8404 und der 569 unsere Herzkapseln von Perinature bestellen für 7,46 Euro. Ist natürlich ein Wahnsinnspreis, gerne auch auf Vorrat. Spirulina und Gerstengras war vor einigen Jahren ein absoluter Geheimtipp. Mittlerweile ist bekannt, dass man hiermit einfach fitter, einfach etwas gelassener und einfach etwas konzentrierter durch den Tag kommt. Denn hier haben wir wirklich einen ausgewogenen Vitalstoffkomplex, der Sie mit allem versorgen kann, was der Körper über den Tag braucht. Die PV 8403 und die 569 ist die Bestellnummer für ein insgesamt 500 Stück umfassendes Paket. Das reicht für knapp drei Monate und ist bei uns für 9,16 Euro zu haben. Zugreifen, Leute, am besten gleich einen Vorrat anlegen. So, liebe Herren, am 50 Jahren, wissen Sie, besteht die Gefahr von vergrößerten Prostata-Erkrankungen oder Erkrankungen allgemein. Prostata ist ein ganz großes Krebsrisiko, auch bei den Herren. Deswegen können Sie schon jetzt ein bisschen vorbeugen, indem Sie unsere Prostata-Kapseln bestellen mit der PV 8405. Und der 569, die bekommen Sie zu einem Vorzugspreis von 5,41 Euro. Jetzt nochmal kurz vor Weihnachten. Das ist natürlich jetzt wirklich perfekt für all diejenigen, die lange drauf gewartet haben. Denn viele der Kapseln waren über Wochen, um nicht zu sagen über Monate, ausverkauft. Jetzt können wir sie endlich wieder liefern. Das gilt natürlich auch für unsere Manpower-Kapseln. Da heißt es Manneskraft aus Pflanzensaft. Und genau das ist der Effekt, den uns unsere Kunden bestätigen. Es ist wirklich Spitzenklasse, weil Sie hier 90 Stück von uns bekommen. Das reicht für ungefähr eineinhalb Monate. Das Lustempfinden wird gesteigert. Und natürlich auch das Leistungsvermögen der Herren. Probieren Sie es aus, für 8,71 Euro zu haben. Und zu guter Letzt haben wir Ihnen auch die Revolution in der Faltenbekämpfung gezeigt. Und das ist Novotox. Ganz genau. Anstelle sich Nervengift unter die Haut spritzen zu lassen, nehmen Sie Novotox und cremen es auf die Haut. Das bildet so ein kleines Gel. Und Hyaluron sorgt natürlich auch dafür, dass die Falten, die man ja hat, dass die auch aufgefüllt werden. Das kennt man von Hyaluron. Also wir haben hier ganz tolle Produkte für Sie zusammengestellt. Die Haut so ein bisschen entkrampft, die Mimikfalten auch minimiert und langanhaltend dann auch strafft. Das ist Novotox exklusiv hier bei uns zu bestellen. Und Sie haben ja gemerkt, wir haben jetzt im Laufe dieser Sendung Ihnen so einen kleinen Impuls schicken wollen. Gerade Richtung Feiertage, Richtung gute Vorsätze fürs neue Jahr. Wir haben Ihnen Fitnessgeräte vorgestellt und natürlich auch Kapseln, die dafür sorgen, dass Sie sich rundum körperlich natürlich auch wohlfühlen. Ich denke, das ein oder andere Produkt ist jetzt auch bei Ihnen auf der Wunschliste gelandet. Denken Sie dran, ab 150 Euro zahlen Sie bei uns auch keine Versandkosten. Und sollten Sie eventuell diese großen Geräte auch gerne haben möchten und denken, Budget könnte ein bisschen knapper werden, dann nutzen Sie doch unsere Möglichkeit, innerhalb von drei Monaten prozentfrei runterzufinanzieren. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und weiterhin gute Gesundheit.